Was ist Singen? Jeder Mensch kann und soll singen. Singen ist wichtig. Mit Singen kann man sich die Sorgen von der Seele singen, Gefühle der Geborgenheit geben. Und es ist vollkommen egal, ob man dabei die richtigen Töne trifft oder den richtigen Text singt. Es befreit. Opernsänger. Ist das also ein Traumberuf? Ich glaube schon. Es ist ein wunderschöner Beruf. Es ist extrem faszinierend, mit seiner Stimme, mit seinen Gefühlen unser Publikum berühren zu können. Das ist ein unglaubliches Glücksgefühl. Das ist eine Sucht, der man erliegt nach den Jahren. Ich bin glücklich. Also ist der Ton heller, klarer, kräftiger. Ich bin aufgeregt. Ich bin böse. Dann wird der Ton hart und schneidend. Wir können berühren, als ob wir mit der Hand durch die Brust hineingehen und sie einmal zart anstupsen. Das echte Gefühl, das echte Sentiment, die echten Emotionen. Und woanders finde ich diese Emotionen, wenn nicht im wirklichen Leben. Um das zu erreichen, muss man es schaffen, seine Stimme zu einem Instrument zu machen. Denn wir wollen ja Musik machen. Wir wollen ja Kunst machen. Und das funktioniert nur, wenn wir selbst daran glauben. Ich bin ich selbst. Ich muss mich nicht verstellen. Ich muss niemanden imitieren, nachahmen, damit ich Erfolg habe. Ich kann es so empfinden und so rauslassen, wie ich geboren bin, wie ich gewachsen bin. Das ist das Ziel. Seinen eigenen Weg, sein eigenes Ziel, seine eigene Interpretation finden und sie genießen. Habt ihr Lust, es zu probieren? Dann traut euch. Versucht es einfach. Und das schaffen wir. Da bin ich überzeugt. Ich bin Jonas Kaufmann und ich begrüße euch recht herzlich beim Meet Your Master.